Nach einem mutmaßlichen Sprengstoffanschlag werden die Proteste in der Stadt lauter. Haben wir schon was? Ein Michael Mason wird in vier Bundesstaaten wegen Betrugs gesucht. Schnappen wir ihn uns. Ohne Aufsehen. Okay. Das sieht nicht gut für dich aus. Ich bin nur ein Taschenge... Ich hab die Tasche geklaut, aber ich wusste nicht, dass da eine Bombe drin ist. Du bist abgehauen. Wer unschuldig ist, haut nicht auf. Sie waren hinter mir her. Schon mal in den Spiegel geschaut? Du musst gut sein. Ich bin der Beste. Komm her und klau mir die Brieftasche. Ist noch da. Aber das Geld ist weg. Gib her. Die Bombe wurde von einem verdeckten Ermittler gebaut. Sie müssen diesen Sumpf trockenlegen. Okay, Michael. Du willst aus der Nummer raus? Dann besorg mir eine Spur. Das ist eine große Chance. Ablenkung ist das Wichtigste. Sehr gut. Ich arbeite nicht für die CIA. Die Stadt wird bedroht. Jetzt tust du es. Wir haben es mit einem Komplott innerhalb der Polizei zu tun. Es gibt noch eine Bombe? Ich glaube, sie haben sich in der Tür geirrt. Wir wurden angegriffen. Das waren Profis mit Gasmasken. Das sind keine Bullen. Der Demonstrationszug setzt sich in Bewegung. Wir benutzen die Stadt als Spielbrett. Wir haben eine Aufgabe. Runter! Eine Aggressionstherapie könnte helfen. Friar, sie sind leichtsinnig und unverantwortlich. Sie können nicht einfach drauf losballern. Wenn du das tust, bist du auf dich allein gestellt. Friar! Was können wir tun? Wir sind nur zu zweit. Steig ein! Wollen Sie ohne Plan da rein? Im Alleingang? Ich bin leichtsinnig und unverantwortlich. Krieg ich ne Knarre? Toll Day. Beide ich mit den Jungen rollen. Untertitelung des ZDF, 2020